Timmy entdeckt die Oper. Ein Blick vor und hinter die Kulissen des Musiktheaters. Drei Opern in einer Dreiviertelstunde, das geht doch überhaupt nicht, sagen viele. Doch, das geht wunderbar, die Zauberflöte der Freischütz und Hänsel und Gretel in einer kurzweiligen und spannenden Weise von uns auf die Bühne gebracht. Dazu laden wir euch und Sie alle ganz herzlich ein. Maske heißt, dass wir Sänger hier geschminkt und frisiert werden. Bei jeder Opernaufführung muss ein Feuerwehrmann da sein. Schließlich wird ja hier mit gefährlichen Sachen gearbeitet. Hey! Ho, 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 diesen Max, den kaufe ich mir. Applaus 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 Applaus